Musik Ausstellungseröffnung im Quartier 30 André Brettschneider hat im wahrsten Sinne des Wortes schon Großes geschaffen. Denn der freiberufliche Auftragsmaler gestaltet seit zehn Jahren in der Hauptsache großformatige Außenfassaden. Für die WBG, für die Stadtwerke Strom Blauen, beziehungsweise für die Volkssolidarität, auch sehr viele private Personen hatte ich als Auftraggeber. Musik Das zeigt er ab heute im Quartier 30 in der Blauner Bahnhofstraße. Heute Abend 18 Uhr ist die Ausstellungseröffnung. Zu sehen sind unter anderem Landschaften, die teilweise gesprüht sind. Da ist mit Pinsel noch reingearbeitet, beziehungsweise auch teilweise mit Airbrush. Porträts, Landschaften, Fantasy bis hin zu bemalten Fußmatten. André Brettschneider zeigt sein ganzes Repertoire. Ich male mit Leidenschaft und gestalte mit Liebe, sagt er, und das kann man sehen. Wenn Sie sich ebenfalls davon überzeugen möchten, die Ausstellung im Quartier 30 ist noch bis Ende März zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.